Das war's schon. Siehste. So ein bisschen noch. Jetzt. Aha. Jetzt ein Pflaster. So. Jetzt darfst du dir bei Frau Weber da vorne was aus der Überraschungskiste aussuchen. Super. Und ist alles in Ordnung mit ihr? Ich meine, organisch? In diesem Punkt kann ich sie beruhigen. Man ist fit und gesund. Ja, aber warum ist sie denn so? Ich meine, sie trifft es ab. Sie ist dauernd woanders. Wissen Sie, in letzter Zeit kommen ziemlich viele Eltern zu mir, deren Kinder Probleme in der Schule haben. Der Leistungsdruck wird nicht weniger. Und Kinder sind sehr unterschiedlich. Auch was die Leistungsfähigkeit betrifft. Ja, aber sie ist ja nicht dumm. Das sehe ich auch so. Eine Kollegin von mir ist Kinderpsychologin, eine sehr gute, spezialisiert auf Lärmprobleme. Wenn die nichts findet, dann hat Merle auch nichts. Versprochen. Dieses Lärm